Du bist sicher, dass man was essen kann? Mein Koko warst vorzüglich. Vielleicht hätten wir nicht den Sekt nehmen sollen. Im Rezept steht Wein. Es nennt man kreative Freiheit. Hey, Geburtstagskind! Wo ist denn der Kuchen? Was ist denn Kuchen? Magdalenas Geburtstagskuchen? Du hattest eine verdammte Aufgabe! Das geht so nicht weiter, Henry. Ich suche mir eine Wohnung. Was? Ich gehe, weil ich will, dass wir noch eine zweite Chance haben. Lass es mich stehen. Da gibt es diese Plastikbrüste, die habe ich dir rausgelegt. Was? Die musst du dir nur umschnallen und dann... Jetzt wo Katharina aussieht, werde ich bei dir einziehen. Was? Nur für eine Weile, bis es wieder bergauf geht. Vergiss es. Wenn ihr beide zusammenlebt, dann hat sie wieder ein richtiges Zuhause. Weißt du, wer jetzt bei uns einzieht? Dein Papa. Echt? Wir brauchen eine Frau im Haus. Machst du jetzt einfach mit der ein eigenes Baby oder muss das wieder Henry machen? Weißt du, nur weil dein Papa jetzt eine neue Freundin hat, heißt das nicht, dass er dich nicht mehr liebt hat. Eltern lieben ihre Kinder bedingungslos. Sag mal, du Arschloch, was soll denn das werden, wenn's fertig ist? Ich zieh dir ein, schon vergessen? Hey, könnte ich nicht ein bisschen leiser streiten? Hey, schon halb elf. Warum ist Magdalena noch nicht in der Schule? Magdalena, zieh dich an. Ich schmeiß dich dann an der Schule raus. Und was ist ein Frühstück? Ihr habt Pizza gegessen. Hallo Schatz, schön, dass du zuhause bist. Ich mein's ernst, Henry, gesunde Ernährung ist das A und O in Magdalenas Alter. Ich hab mich ums Essen gekümmert. Du hast Pizza bestellt. Kann man die nicht essen, oder was? Ich wollte, dass du Verantwortung übernimmst. Und verantwortungsvoll wie ich bin, hab ich ein Kindermädchen eingestellt. Henry hat gesagt, ich soll mich wie zuhause fühlen. Lieb, oder? Ich hab mir dich ganz anders vorgestellt. Anders? Naja, irgendwie jünger. Sag, wann interessierst du dich eigentlich für Jungs? Magst du's ne krasse Übermian? Möchtest du meine Waffe haben? Von der Waffe wird man fett. Ich hab drei Worte für dich! Hau ab! Das sind zwei Worte! Papa! Du kleiner Klugscheißer! Hey, du bist so feinig! Henry vermisst dich. Ich vermiss ihn auch. Sie sind doch Magdalenas Vater, oder? Ja. Hast du wirklich alles selber gemacht? Waren keine Happy Hands? Ich liebe Happy Hands. Ich weiß, wie man mit euch Jungs formieren muss. Wenn wir zum Netz zu euch sind, verarscht uns nur. Und Sie leben hier zu dritt? Zu viert. Tristan und ich, unsere Tochter Magdalena und der süße kleine Mann dazwischen ihren beiden. Das hat er von dir. Ja.